Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du solche LED-Streifen hier anbringen kannst und vor allem auch mit solchen Eckverbindern hier schön verbinden kannst, dass einfach eine saubere Verbindung herrscht und das Ganze natürlich danach leuchtet. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Solche LED-Bänder hier haben den Vorteil, dass dadurch eine schöne indirekte Beleuchtung zu Hause geschaffen werden kann und das vollkommen egal wo, hinter deinem Fernseher, hinter dem Küchenschrank, egal. Das Ding schaut wirklich super aus. Zuerst einmal schauen wir uns die einzelnen Komponenten an und wie wir diese zusammenfügen. Wir haben hier unseren Netzwerkstecker, dieser kommt in den Netzadapter hinein, hierfür darauf achten, wie rum das Ganze sein muss. Den gebe ich jetzt einfach mal hier rein, das Ganze kommt später an die Steckdose logischerweise und dann führt hier noch ein Kabel zu dem sogenannten Controller hin. Hier kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen, auf der Rückseite auch so eine Verbindung hier und dort geben wir mal den Stecker rein und nun können wir den Controller hier mit unserem LED-Band verbinden. Hier drüben habe ich jetzt mal so eine LED-Bandrolle, diese gibt es natürlich auch in verschiedenen Größen. Das Ganze müssen wir nun zusammenstecken. Hier gibt es jedoch eine Sache, auf die wir unbedingt achten müssen. Wir haben hier vorne auf unseren beiden Steckern nämlich so einen kleinen Pfeil und hierbei ist jetzt wichtig, dass der Pfeil einfach mit der anderen Seite übereinstimmt. Bei mir wäre es jetzt zum Beispiel falsch, ich hoffe man kann es in der Kamera erkennen, doch das ist kein Problem, denn ich kann diesen Stecker hier einfach drehen und dann ist der Pfeil auch oben, weswegen ich das Ganze nun Pfeil auf Pfeil ineinander stecken kann und die Verbindung ist somit auch schon richtig geschlossen. Da die Verbindung steht, nehme ich jetzt meinen Stecker, gebe diesen in die Steckdose rein und du kannst sehen, das LED-Band hier fängt sofort zum Leuchten an. Doch jetzt zeige ich dir noch kurz die Funktion der Fernbedienung. Zuerst einmal hier unten noch den Schutz für die Batterie rausziehen, denn sonst geht gar nichts und jetzt kannst du sehen, die Fernbedienung funktioniert schon einwandfrei. Hier ist noch wichtig zu sagen, dass das hier hinten der sogenannte Infrarotempfänger ist, heißt, wenn der Controller jetzt zum Beispiel irgendwo versteckt wäre, ich tue das Ganze jetzt mal simulieren, indem ich meine Hand hier rumhalte, dann tut sich bei der Beleuchtung überhaupt nichts. Und wenn das Ganze frei zugänglich ist, dann funktioniert diese Fernbedienung auch. Wenn ich jetzt jede einzelne Funktion der Fernbedienung zeigen müsste, würde das Ganze bestimmt über 20 Minuten dauern. Deswegen sage ich einfach, wenn du dir so einen Teil zulegst oder schon zugelegt hast, am besten einfach mal ein bisschen rumspielen und dadurch kann man dann auch erkennen, wie einem das Ganze hier am besten gefällt. Wenn du das Ganze nun irgendwo befestigen möchtest, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, auf der Rückseite das doppelseitige Klebeband abzuziehen. Geht ganz einfach und darunter haben wir eine Klebeschicht. Doch zuvor einmal müssen wir hier den Untergrund fett und vor allem auch staubfrei machen. Am besten hierfür einen speziellen Industriereiniger hernehmen, denn dadurch wird das LED-Band auf jeden Fall stark dort und kleben bleiben. Natürlich geht es im Notfall auch mit Spülmittel und etwas Wasser. Der Untergrund ist sauber und wir können das LED-Band nun von hier unten dran kleben. Hier noch als Tipp, du solltest wirklich schauen, dass das Band nicht zum Beispiel hier außen oder oben drauf montiert wird, dass du direkt drauf schauen kannst, denn das ist einfach sehr hell und blendend stark. Einen viel besseren Effekt bekommst du, wenn du das Ganze ein paar Zentimeter von der Außenkante nach innen verschiebst, denn dadurch hast du eine schöne Innenbeleuchtung. Leider kann man in der Kamera das Ganze jetzt nicht ganz so gut erkennen, doch ich finde auf jeden Fall, dass es optisch einiges hermacht. Zum Schluss möchte ich dir noch zeigen, wie du einen normalen Verbinder oder auch so einen Eckverbinder hier in dein Band einbauen kannst, dass du hier mit diesem zum Beispiel um eine 90 Grad Kurve gehst. Das Problem ist nämlich, wenn das Ganze jetzt zum Beispiel hier kleben würde, du möchtest um 90 Grad das drehen, dann hast du hier in der Ecke immer so eine unschöne Wölbung und das können wir mit so einem Eckverbinder hier vermeiden. Hier auf dem Band können wir jetzt vier solche kleinen Kupferkontakte sehen und in der Mitte geht ein schwarzer Strich durch. Dieser schwarzer Strich, oftmals auch mit einem kleinen Scherenzeichen, irgendwie gekennzeichnet, müssen wir jetzt einmal durchschneiden mit einer normalen Schere. So, du kannst sehen, bei mir ist das schon gegangen. Die Kontakte sind durchdrennt, doch nun ist bei mir hier oben noch so eine Schirtschicht drauf, das Ganze ist ein bisschen wie Silikon und das muss ich jetzt auch noch von den Kontakten entfernen. Hierfür nehme ich am besten ein normales Teppichmesser und mit diesem schneide ich hier einmal rein und kann das Ganze dann nach vorne hin abziehen. Die Kontakte im Hintergrund sind frei und jetzt öffne ich einmal von jeder Seite hier nur die vorderste Klammer. Hierfür mit dem Fingernagel hier vorne etwas reingehen und das Ganze nach oben hin einfach öffnen. Die Bezeichnung hier stimmt jetzt zwar nicht überein, ich habe hier zum Beispiel oben B und auf meinem Verbinder ein Plus angezeigt. Wichtig hierbei ist nur, dass wenn ich danach von der anderen Seite nochmal einen anderen Kontakt hier anbringe, dass dieser auf der gleichen Bahn ist. Also bei mir ist jetzt B hier oben zum Beispiel, da muss das B auch am Ende hier außen sein. Jetzt die Kontakte von vorne in den Verbinder hineinführen, dass die Kupferkontakte auch wirklich unter dieser Klammer hier sind und dann tue ich noch diese Plastikklammer hier oben wieder schließen, dass das Ganze einfach wieder fest drauf ist. Dasselbe mache ich jetzt hier auch und schaue natürlich, dass die Polung wie gerade eben schon besprochen passt. Die Verbindung steht, jetzt schalte ich das Ganze einmal an und wir können sehen, es fängt sofort zum Leuchten an, auf beiden Seiten natürlich auch gleich, so wie es sein muss und deswegen haben wir unsere LED-Bahn jetzt auch schon richtig irgendwo angebracht und vor allem auch solche Verbindungen hier schön gesetzt. Wenn du dir jetzt für zu Hause so ein LED-Band, egal in welcher Länge oder auch einen Industriereiniger oder diese Verbinder hier für die Ecken kaufen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra dein Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersilien hier zulegen möchtest, einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen. und dann auch hier unten in der Videobeschreibung. Untertitelung des ZDF, 2020